sind wir schon live sehr gut hallo ihr lieben ich grüße euch wenn ihr hier vom lagerverkauf freilinger in gießen und von eurem ich hoffe doch mittlerweile lieblings online shop lebensmittel-sonderposten.de mittwoch abend wir haben wieder schöne sachen für euch rein bekommen an land gezogen schöne artikel sehr schöne preise ich fange mal ganz langsam an wir haben hier das ist die granini die limo die leichte mit himbeer geschmack das sind die großen flaschen lass mich nicht lügen ein liter sechs mal ein liter kostet die flasche im angebot 99 cent wir haben sie für euch sechs flaschen für 3,99 zuzüglich Pfand laced chips bacon buggles sweet chili oder hier die guten doritos sauer cream haben wir da anstatt 149 gibt sie bei uns für 88 cent wir haben ganzen schwung rein bekommen hier von hostess snowballs hoes und hier die twinkies in allen möglichen variationen kosten diese woche ist ganz frisch 5,99 dong dings oder dingdongs auch dabei und hier donets auch dabei und da wir diese woche den preis 5,99 haben darf jeder so viel kaufen wer möchte das ist also nicht begrenzt kein thema nehmt mit es gibt reichlich einer unserer dauer renner hier aus england nicht aus amerika das sind die englischen oreo os kosten bei uns immer 3,59 schmecken sehr sehr gut lohnt sich auf jeden fall hier ein sehr beliebter artikel aus dem hause ferrero natürlich nutella be ready im brotteig das brotteig brotstick sind das mit nutella drin und nüssen sind sechs stück sammelaktion jawohl sammelaktion steht drauf kosten normalerweise 1,89 wir machen die woche 1,49 was ich euch hier sage manche artikel die gibt es nur hier im laden zu dem preis im online shop kann es sein dass der preis mal abweicht oder die artikel nur hier verfügbar sein oder nur im online shop verfügbar sind das können wir nicht ändern dafür gibt es also hier gibt es angebote für die laden leute im online shop gibt es halt andere angebote denke das ist kein problem bitte nicht meckern so hier haben wir wieder bekommen lind jubiläumspack 70 prozent 85 prozent und die orange intens drei tafeln dreimal 100 gramm geben wir euch für 1 euro 99 das ist ein wirklich wahnsinnspreis der koste mal eine tafel 1,99 wir machen einfach drei stück 1,99 den kennt aber wirklich jeder gibt es schon gefühlte 30 jahre am markt die chocolate chips weiß normale schokolade und was ist das lebkuchengeschmack jetzt ganz aktuell für euch 1 euro super artikel vom flughafen duty free ware ist das travel exklusiv milka grains das sind die ganz leckeren haferkekse 378 gramm diese packung gibt es nur am flughafen nachweislich und die kostet wirklich 11 oder 12 euro 3,99 ist ein super geschenk hier so was ist das hier für die kleinen oder auch für die großen mimi summer shake das ist so ein milch shake da sind zehn becher portionen drin einmal hier lemon cheesecake erdbeer panna klingt sehr gut 1 euro nur die schachtel so was haben wir denn hier made in italy brot sticks stirrattini kann man dazu sagen jawohl da haben wir einmal hier die tollen mit rosmarin und seesalz meersalz und hier cheddar black pepper das sind 120 gramm die kommen ja steht drauf in italy natürlich aus italien kosten beim italien store 1,99 wir machen 79 cent schmecken wirklich sehr gut toller artikel so wo wir schon in italien sind wir haben hier casa rinaldi meersalz ist eine ganz tolle tolles glas das kostet normalerweise um die drei euro gibt es bei uns für einen euro wir haben hier antipasto steht antipasto normal heißt es doch immer antipasti antipasto das ist gemüse hier kann man zum beispiel auch mal mit risotto machen habe ich mir sagen lassen schmeckt sehr gut und kostet einen euro so jetzt kommen wir hier in meine welt das kann sogar ich kochen pesto ja einfach nur über die nudeln drüber geben und ihr habt ein wunderschönes nudelgericht besser wie beim italiener wer weiß pesto genovese oder hier pesto rosso 1 euro jeweils und hier das ist schnaps nein das ist kein schnaps auch casa rinaldi das ist ein olivenöl auch kalt gepresst das ist ein sehr gutes da ist wirklich nicht viel drin ja kosteten euro das kostet normalerweise über drei euro also ist wirklich was gutes ein euro nur so podravka iwa extra scharf das ding das glas kostet fast drei euro normalerweise 350 gramm schmeckt sehr sehr gut wer gerne iwa ist der kann das bestätigen und die kosten bloß ein euro jetzt haben wir was für die italiener jetzt haben wir was hier für die ex jugoslawischen leute genau und jetzt haben wir was hier für die deutschen für die oma ist für die opa ist oder einfach für alle das sind die echten garten erbsen ja garten erbsen zart kostet bei uns 49 cent natürlich kann das jeder essen hier blödsinn was ich gesagt habe spaß muss sein so weiter geht's jetzt kommen wir zur indischen küche für die leute die gern indisch essen und sich mal was richtig gutes hier kochen wollen gebratene nudeln indische art magic asia sowas kostet normalerweise in euro 69 ein euro bei uns oder hier das kaufen sogar die guten italienischen restaurants bei uns habe ich nein quatsch spaß beiseite knorr parmesan parmesana pasta in käsesoße kostet 69 cent immer da so drei vier stück in topf rein macht dann wird man auch satt vor so was haben wir denn hier der gute latte cappuccino in der groß großflasche hier ein liter ist da drin ein euro schmeckt sehr gut toller artikel und hier millrahm nicht kalter kalter kaffee steht auf kalter kaffee warum auch immer kalter kaffee ohne zuckerzusatz mit hafer ist der gemacht drei flaschen für ein euro wahnsinnspreis wo man schon hier bei wahnsinnspreisen sind hier haben wir den oschi bär das sind die hot dog würstchen das kann ich gar nicht aussprechen hier was da drauf kein problem hot dog würstchen ohne schwein da sind drin wie viel sind denn da drin 50 50 stück 3000 gramm abtropf gewicht diese kleine dose 799 also wer gern hot dog ist ab zum freilinger da gibt's hot dog nein das machen wir später hier super artikel nescafe 2 in 1 kaffee cream kaffee und creamer oder 3 in 1 kaffee creamer und zucker ist drin das sind einzelne tassen portionen ich glaube zehn stück sind drin jawohl zehn stück normal 1 99 wir machen 1 euro 29 ihr hört schon was drin ist jawohl nein das sind keine kondome es sind nespresso kaffeekapseln einmal hier light roast und einmal medium roast stärke sechs stärke sieben so ein ding kostet hier 2 99 normalerweise sind zehn stückten aluminium kapseln 1 euro nur schmecken gut 1 euro es gibt wieder günstigen kaffee und hier das kann ja gar nicht tragen du der weiße riese 90 wäschen plus 20 wäschen gratis kriegen wir hier noch mal dazu die kiste kosten 10er glaubt das ist ein sehr guter preis 10 euro für das teil hier was man hier kaum tragen kann und hier das habe ich ganz vergessen machen wir noch mal die rama zum streichen balance 50 prozent weniger fett deswegen kostet die auch nur halber preis nur 55 cent so ihr lieben das war es wieder hier vom freilinger tv ich setze mich mal kommt mal hier vorbei beim lagerverkauf freilinger gießen marburger straße 127 täglich geöffnet montag bis samstag 9 bis 19 uhr und schaut auf jeden fall mal in unseren online shop rein wir haben jeden tag manchmal 100 neue artikel zu wahnsinnspreisen da liefern wir euch die sachen einfach nach hause das lohnt sich ja bleibt alle gesund wir sehen uns macht's gut euer benny